Dieses Gesetz hätte uns Milliarden eingebracht. Ich habe alles versucht, die Vorlage durchzudrücken. Ihr habt alles getan, Abgeordneter. Senatorin Amidala ist das Problem. Ich dachte, mit den Jahren mildert sich Ihr Idealismus. Ich habe Leute an der Hand, die etwas gegen Sie unternehmen könnten. Diese Aufgabe ist weit schwieriger, als Ihr vermutet. Meine Herren, dem Bankenclan und der Handelsföderation geht es ums Geschäft, nicht um Gewalt. Hm, in diesem Fall ist Gewalt allerdings unser Geschäft. Fürwahr. Senatorin Amidala hin oder her, der Galaktische Senat wird keinesfalls die Bankenkontrolle aufheben. Es sei denn, der Krieg gewinnt an Fahrt. Und was genau schlagt Ihr nun vor? Vielleicht kann ein unerwartetes Blutvergießen auf Coruscant einige Gemüter umstimmen. Coruscant? Coruscant wurde seit über tausend Jahren nicht mehr angegriffen. Dann wiegt man sich in falscher Sicherheit. Es gibt ein paar mächtige Klienten auf der Gegenseite, die uns sagen, wir, äh, helfen könnten zum Punkt zu kommen. Hm, der Plan gefällt mir. Das interessiert hier niemanden.